Guten Morgen! Willkommen zurück zu Magicka. Hier ist ein bisschen kalt, aber ich habe zumindest einen Ganzkörper-Parker an. Skully, frierst du? Nö. Dann ist ja gut. Dann bin ich ja begeistert hier. So, jetzt... Ah, ja, das ist ja jetzt schon wieder schön, ne? Du da mit deinem M60. Ich habe gedacht, wir tauschen, ne? Ach, stimmt, wollten wir ja. Du bist besser mit M60 als ich. Du kannst, du machst eine Call of Duty, das machen wir. So, wir schaffen... Warte mal. Oh Gott. Du kannst doch einfrieren. Oh Gott, das ist schon eingefroren. Ach so. Loh, loh. Lass mal auftauen. Ach du Scheiße, Skully. Guck mal, ich mache gerade... Können die... Fallen die... Ja, die sind die Fallen ins Wasser. Mufasa! Mufasa! Oh Gott, das ist super. Aber das... Das finde ich jetzt wiederum ziemlich cool, muss ich sagen. Warte mal, warte mal, ich kann doch das Schild, das ich am Anfang gemacht habe, nochmal um mich hinziehen. Das Feuerschild da. Kufasa! Oh. Äh, wie ging das nochmal, dieses Feuerschild? Äh, 11 shifts und... Oh, 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 nein! Scheiße! Warte, Skully, hol mich mal wieder! Hol mich mal wieder, ich hab... Ich hab den Leeroy schlechthin, komm. Bring mich mal wieder rein. So. Nee. Äh! Los, hol mich, hol mich, Skully! Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser! Hol mich, hol mich, hol mich! Äh! Wieso geht das denn nicht? Jetzt. Nee! Geh mal aus dem Weg, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg! Nein, ich bin schon wieder tot! Hol mich! Hol mich, Skully! Alter, warum macht er das nicht? So, warte. Oh, nein, nein, nicht so! Ah, Skully, du Idiot! Warum machst du so'n Scheiß? Lolo. Ich hätt's jetzt geschafft, jetzt hätt's geschafft. Warte, wir müssen zusammenziehen und... Ah, scheiße, was machst du denn da schon wieder? Hol mich wieder, Skully! Lass den Mist! Ah, oh Gott! Wir bleiben immer bei den Gegners! Ja! Ein, 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 ich komm! Ja, der ist wirklich lieb, Leute, wir müssen so'n bisschen verbuggt werden. Wow! Hol mich wieder, hol mich wieder, da ist deine Mutter! Pass auf! Wow! Oh Gott, deine Mutter holt uns ins Wasser hier! Scheiße! Der mit der Bazooka kann das auch, pass los auf! So, der mit der Bazooka, der kriegt jetzt erstmal ein bisschen Freude. Ja, der jagt seine eigenen Anhänger ins Wasser, ist auch lieb von ihm. Okay, warte! Äh! Das hat er jetzt... Das ist auch nicht so cool hier, ne? Nee! Scheiße! Nein, das ist jetzt meine M60-Blöten! Ja, scheiße, die M60 ist weg! Warte mal, ich lass mich mal sterben, vielleicht haben wir die dann hier wieder. So, ab ins Wasser! Plopp, 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 plopp! Guck mal, wie die da alle hinterher springen! Der ist im Wasser, da hauen wir nochmal drauf! Ja, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig! Das ist aber eine... von der Idee her gute, aber eigentlich eine ziemliche Chance-Stelle. Mhm. Was bringt eigentlich deinen Stab ab? Das ist eine gute Frage. Länger leben? Äh, ja, das ist der gleiche wie beim letzten Mal. So von wegen mehr Lebenspunkte. Und das Schießen... Mach mal der Feuerschild, den ich am Anfang gemacht hab. Nee, das ist er nicht. Das war... Äh, das gibt... Aua! Entschuldigung. Du hast einmal E und F und dann musst du Shift drücken. Und dann raushauen. Nee, nicht Shift. Warte. E, E, F. Und dann mich abfackeln, das ist gut. Ah, so. Wieso, wieso geht der nicht ins Wasser? Schweinebär. Ach, Kacke. Ich hab mal wieder Mist gebaut. Holst du mich mal wieder? Ja, bitte. Äh, mach ich. Danke. So. So machen wir das hier. So spielen die Männer das. Ja, wirst du wohl ersaufen, na du Arme? Arsch. Guck dir den an. Jetzt ist er aus dem Bild. Nein. Aus dem Bild, aus dem Sinn. Der... Na. Ich kann mich nicht mehr bewegen hier. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht sterbe. Wieso bin ich tot? Wenn ich ins Wasser falle, dann... Okay, okay, okay. Wie machst denn du diesen Feuerangriff? Ich mach einfach nur normalen Feuerball. D und F und schießen dann. Oh, okay. Aua! Ich brauch Hilfe. Danke. Nein! Okay, okay, okay. Alles cool. Alles cool. Der M60 ist weg. Das ist doch egal jetzt. Ja, okay. Irgendwann muss ein jeder gehen. Hello, okay. Und ich brate diese Kurbel weg. Solltest du mich wiederbeleben? Das wäre nicht schlecht. Dann bist du schon wieder tot. Was machst du denn da? Ja, schau mal. Das passiert. Wenn du mich immer hier wegdrückst, dann werde ich immer ein bisschen böser. Und irgendwann platzt die Bombe. So. Hörst du? Aua! Da schießen sie selbst von unten noch. Was ist denn da los mit euch? Aua! Hier, schieß mal mit deiner M60 da unten irgendwie hin. Hast keine M60 mehr, ne? Hast sie nicht mehr. Warum nicht? Deine Mutter geht richtig ran, du. Die ist richtig heftig gerade, ne? Achtu! Oh, Scheiße! Wuhuuu! Wuhuuu! Oder ne? Braucht mal eine Wiederbelebung. Sag mal. Hat der so noch alle hier, der Kleene? Ja, ich gehe halt immer ein bisschen ran hier. Nein, nein. Der ist ein kleiner Gammelzwerg da unten gerade. So. Dem, der Mutter ist down. Ich würde gerne nach meiner M60 taufen. Danke. Viel Spaß. Hast du? Gefunden? Lag die da rum? Ja. Doch nö. Wie du da so heroisch. Oh Gott, du hast ja deinen Bongo-Schlägel jetzt hier wieder. Das kenne ich ja gar nicht mehr von dir. Ne Combo-Master. Jetzt muss ich ja wieder Leistung zeigen. Jetzt kann ich ja wieder jemanden auf den Desktop abstürzen lassen. Das stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Machst du gleich Mufasa hier oder was? Boah! Alter, das war ein Double! Einer von uns beiden hat gerade nicht richtig gezielt. Ich nehme an, dass du das warst. Das war derjenige, der nach vorne hingehauen hat. Der das Monster getroffen hat. Der hat daneben... Richtig. Der hat das nicht hingekriegt. Das war ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, warum. Ich mache es einfach mal. Komm. Interagieren, wenn er da schon steht. Wuuu! Ach ja! Komm mal du her! Ey! Sag mal! Boah! Ja, du kennst mich nicht. Ich komme zurecht. Okay. Ich laufe so lange... Boah, was ist denn hier los? Das hier ist nicht die Monster-Party. Wir müssen das jetzt mal... Das ist die Monster-Monster-Party. Ja, ja, ja. Wo ist eigentlich deine M60? Die hätten wir jetzt so gut gebrauchen können. Ja, das stimmt. Oh, ja. Oh Gott. SF... SF... Ooooo... Nein, Skala! Stirb nicht! Ich so nicht. Ich brenne. Ja, du auch. Das ist schön. Brennen wir beide. Oh, Scully, lass uns zusammen ausgehen. Au! Hör auf mit deiner Mongo-Trommel da! Ich fände langsam sauer. Ich schaue mir mal ein bisschen mit meinem Mongo-Stab. Du bist ein Hell, Scully. Ich mag das gerne akzeptieren, dass du nichts drauf hast. Ey, ich würde mich vor Arsch vorkommen. Wenn die ganze Zeit in meine Soldaten so ein komischer Blitz reinkommt... Ich brauche eine Klamiderbelebung. Du, oder was? Dann gehen. Moin! Das ist ja ein bisschen stressig hier, ne? Ja, also ich bin gerade total... ...gechillt hier. Bei mir ist alles super. So. Ich grill euch alle! Na, aber mit dem Donner-Kalt-Kult-Kult-Kult-Kult-Kult-Kult-Kult. Ja, das stimmt. Guck mal, das hat doch alles gut geklappt. Ich weiß gar nicht, was du bei uns in Stress machst. Das brauchst du M60 und sowas. Brauchst du gar nicht. Ich habe schon gewundert, warum brussel ich eigentlich gerade mit meinem Laser da in die falsche Richtung? Warum ist er so doof? Warum bewegt er sich jetzt gerade? Aber unser Purpur-Tentakel hat gerade nur ein paar... ...seine... Wo müssen wir hier eigentlich hin? Folg einfach dem Typen mit dem Fragezeichen über den Kopf. Der kennt dich aus. Der weiß, wo es lang geht. Ach, guck mal hier. Da ist noch einer. Also mehr als einer. Moin. Hey. Ja, bleib mal da. Genau so. So ist gut. Schau mal. Stell dich doch einfach ein Stückchen weiter weg und mach Donner-Kalde. Bis die da sind, sind die tot. Also, dann sind sie auch nicht mehr da, aber... Das ist aber feige. Ja, aber effizient. Das ist gerade wie damals bei Age of Empires, die Cheats eingeben. Meinst du? Ja. Big Daddy? Äh, nee. Peperoni Pizza. Ganz oft. Hintereinander. Das ist noch schlimmer. Ja. Wer denkt sich sowas aus? Oder Coin-Age. Oder... Oder... Aber die Big Daddy sind die Photon-Mans und diese E-Gleich-NZ2-Zufer. Sollen wir mal deine Mutter ärgern, solange sie noch im Käfig ist? Ja. Würde mal im Käfig. Du stehst im Weg, nepp. Und du fuck jetzt ab. Ich hab deine Mutter erledigt. Arsch. Bin... Warum kann ich das? Den Hebel drücken? Die kannst du nicht. Da steht nichts von interagieren. Doch. Bei mir nicht. Soll der Scheiß. Und was hat das jetzt gebracht? Das ist bestimmt so ein Quotenhebel, damit jeder mal... ziehen darf. Ich hab ja beim letzten Mal jetzt... Oh Gott. Hier. War diese Brücke vor... Und die ist die beste Idee. Falsch. So. Komm her. Komm her. Das ist mit euch nicht richtig, Jungs. Okay. Wow. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber er ist jetzt weg. Oh Gott. Hä? Leckt. Leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es ist sexy. Äh. Es kann... Waaah. Oh, hier bin ich aber relativ sicher, oder? Super Nummer. Skully, geh mal bitte nach unten, damit ich den auch noch sehen kann. Jetzt kommt er zu mir. Jetzt ist es cool. Hey, du Arsch. Miki. Au. Das ist auch eine Möglichkeit, dieses Spiel durchzuspielen. Skully, das ist recht. Diese komischen Zipfelmützentypen sind doch immer die Bösen. Ja, den Eindruck habe ich aber auch, du. Aber wie... Was ist eigentlich mit ihm nicht richtig? Jetzt ist er auf... So, das Problem wäre gelöst. Was? Problem? Aua. Skully, das nervt richtig. Das glaubst du gar nicht. Wie sehr das nervt. Was passiert denn da, wenn ich da drauf hau? Die Bongo? Ja. Dann schmeißt du... Dann bist du einfach nur ein bisschen weggeflittert. Ja. Und wenn dann so richtig schön Stress ist, und ich dann durch die Gegend fliege. Das Gieren machst du, durch die Gegend fliege. Was habe ich hier gerade falsch gemacht? Was? Ich weiß auch nicht, aber du wurdest gerade abgeballert. Da ist nochmal deine Mutter. Achtung, Achtung. Safe Point. Safe Point. Kontrollpunkt. Au. Das ist auch feige. Guck mal, wie der da steht. Hier liegt was? Blitz, Blitz. Tesla starb. Ähm... Aktive Fähigkeit Blitz, Blitz. Das will ich mal machen. Nein, warte auf mich. Wieso bist du da unten? Wieso bist du da unten? Das ist keine Frage. Wie komme ich da raus vor allem? Ich habe eine gute Idee, wie du da rauskommst. Nein, 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 nein. Ich will meinen Start behalten. Dann kenne ich keine Idee. Dann habe ich keine mehr. Ich habe wirklich mal gefragt. Komm mal hierher, und dann können wir uns mal ein bisschen umschauen, ob ich hier irgendwo wieder rauskomme. Irgendwie bin ich hier ja auch draufgekommen. Zum Beispiel da. Das ist ja wahrscheinlich so einer gesprungen. Da. Nochmal zurück zum Eingang des Levels. Da mal einmal eine Kante runtergefallen ist. Das ist wie Route 9 hier. ASF. So. ASF. Diese Zeitverzerrung, die ist eigentlich manchmal... Ich habe das Gefühl, die rettet uns manchmal auch den Arsch. Manchmal ja. Die ist gut. Aber die M60. Meistens ist sie einfach nur nervig. Die M60, Matti. Ja, ich weiß. Die M60. Aber, aber, aber der Poncho. Zieh dich, du Penner. Moin, willkommen im Fight Club. Einwohnerzahl, du. Und deine Mutter. Das ist hier der Käfig, der, der... Die Kampfarena. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Die euteste Kampfarena ist halt. Haben wir eigentlich eine Kampfarena? Hätten wir fast mal gehabt, aber dann haben wir gemerkt, dass die Scheiße war. Das war ja keine Arena. Das war ja doof. War ja nur Mist. Product Placement an jeder Ecke. Ähm, regelst du gerade? Natürlich, regel immer. Ich bin nur so feige und benutze nicht die ganze Zeit diesen Blitz. Der Schild ist ein 1er Blitz-Ableiter, oder? Ja, ist er. Oh, Double Kill. Multi Kill. Monster. Du hast es gut gemacht, Skala. Ist gut. Ja, ne? Blöder, kleiner Goblin. Ey, sag mal. Den haben sie doch auch mit der Brotkruste aus dem Hoferwald gelockt. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da nicht mehr ist. Ja, das ist eine gute Sache. Bisschen oder? Die passt gar nicht unter deiner Brücke durch, deine Mutter. Deine Mutter ist so fett. Wegen der gehe ich auf den Desktop. Machst du, ne? Mhm. Du drehst dir auch noch die Kröten weg. Das ist gemein. Das ist ein bisschen feige, oder? Bisschen. Die arme Mutter. Jetzt platzt sie auch noch. Das ist freck. Das Problem kennst du ja. Ja. Zu viel gegessen. Das ist wie bei sieben. Du hast da so eine Warze auf die Brücke abgedrückt. Was ist das denn? ASF wollte ich. Nicht so ein Spülenkram hier. Nee, müssen wir da lang? Ich glaube nicht. Nicht? Loho, loho. Nee, wir müssen da unten. Das hab ich schon wieder gesagt. Scheiße. Das darf sich nicht einbürgern. Das darf sich nicht einbürgern. Niemand sagt loho, loho. Auf diesem Plan niemand. Ist das eigentlich nur bei Wechsel den Kanal, oder? Ich glaube. Wie viele deiner Stäbe da einfach liegen, weil du gestorben willst. Das ist schön. Ja, weil du mich da wieder mit einem Blitz abgefackelt hast. Mal wieder. Ja, wenn du in der Reichweite meines Blitzes stehst. Naja. Naja. Sollen wir hier mal einfach warten und dann beim nächsten Mal weitermachen? Ja, würde ich sagen. Das ist so eine gute Idee. Wenn wir dann beim nächsten Mal aufliegen, wissen wir, wie man da durchkommt. Ach, das kriegen wir schon hin. Machen wir. Ja, bis dann, ne? Tschüss. Wieso tötet das jetzt weh? Aua.